Musik Also den Test musste ich mir bestimmt fünfmal angucken, bevor ich das glauben konnte. Ja, dann bin ich hoch ins Schlafzimmer gerannt und da schossen mir erst mal tausend Gedanken durch den Kopf. Also ich habe mich schon gefreut, aber ich war auch ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Ja, und erst als ich mit meiner besten Freundin darüber geredet habe, habe ich mich so eingekriegt. Schwanger sein ist für jede Frau eine große Umstellung. Davon sind Körper und Seele gleichermaßen betroffen. Freunde sind dabei für das seelische Befinden sehr hilfreich. Genauso hilft es den meisten Frauen, sich umfassend und gut über die Schwangerschaft mit all ihren Veränderungen und Anforderungen zu informieren. Musik Katrin Witt stellt sich nach dem positiven Schwangerschaftstest bei ihrer Frauenärztin Frau Dr. Löck vor. Schwangerschaften verlaufen heute bei uns meistens reibungslos. Das verdanken wir vor allem der guten medizinischen Versorgung. Vorsorgeuntersuchungen und Maßnahmen wie zum Beispiel die zusätzliche Einnahme von Folsäure und weiteren Vitalstoffen haben die Rate von Früh- und Fehlgeburten sowie Fehlbildungen enorm gesenkt. Auch das Verständnis und Verhalten der Schwangerin hilft, solche Dinge zu vermeiden. Dazu gehört auch, dass auf Alkohol und Nikotin am besten ganz verzichtet wird. Das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Schwangerer ist wichtig, denn die Schwangere soll sich sicher fühlen, dass wir alles richtig machen. Sie soll den Mut haben, all ihre Fragen stellen zu können und das Gefühl bekommen, ihre Schwangerschaft rundherum genießen zu können. Beim Termin heute werden, nach einem langen Gespräch, erst einmal die Schwangerschaftswoche bestimmt und der voraussichtliche Geburtstermin berechnet. Frau Dr. Löck trägt wichtige Daten in den sogenannten Mutterpass ein. Ein Büchlein, das Katrin Witt die Schwangerschaft über begleiten wird. Im Mutterpass werden alle Ergebnisse der Vorsorgeuntersuchungen eingetragen. Das sind Untersuchungen, die zu Beginn der Schwangerschaft einmal im Monat, später dann alle zwei Wochen stattfinden. So kommen in diesem Büchlein alle Informationen über die Schwangerschaft zusammen und können bei der Geburt oder auch bei Zwischenfällen in der Schwangerschaft eine wichtige Hilfe sein. Deswegen sollten Schwangere ihren Mutterpass immer bei sich tragen. Nach dem ausführlichen Vorgespräch werden die nächsten wichtigen Informationen für den Mutterpass bei der Blutuntersuchung gewonnen. Es wird geprüft, welche Blutgruppe vorliegt und ob die Mutter gegen bestimmte Krankheiten wie Toxoplasmose, Röteln oder Ringröteln geimpft ist oder diese schon mal durchgemacht hat. Viele der heutigen Untersuchungen, wie Blutdruckmessung, Gewichtsmessung oder die Bestimmung des Zuckergehalts im Urin werden nun regelmäßig bei den Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt und in den Mutterpass eingetragen. Auch die Entwicklung des Kindes, zum Beispiel die Größe des Kopfes und der Oberschenkel, wird eingetragen und verfolgt. Wichtig ist für die Mutter, dass sie in der Schwangerschaft nicht für zwei isst. Das wäre viel zu viel, denn die Gewichtszunahme sollte in der gesamten Schwangerschaft nur 12 bis 16 Kilogramm betragen. Man sollte vielmehr auf eine ausgewogene Ernährung achten. Mit ungefähr 50 Prozent Kohlenhydraten, 30 Prozent Fetten und 20 Prozent Eiweißen. Ultraschalluntersuchungen, also die Darstellung des Kindes mithilfe von Schallwellen, die nicht schädlich sind, finden meist alle drei Monate statt. Das erste Mal den Nachwuchs zu sehen, ist ein ganz besonderer Moment. Also kann man das Herz in der Mitte schlagen. Was man natürlich im Ultraschall jetzt nicht mehr sehen kann, ist das faszinierende Naturschauspiel im Unterleib der Mutter, das bis hierhin schon stattgefunden hat. Nach dem Eisprung hat sich ein reifes Ei aus dem Eierstock auf den Weg Richtung Gebärmutter gemacht. Kommt es in dieser Zeit zum Geschlechtsverkehr, trifft das Ei hier auf die Spermien. Ein Spermium dringt in das Ei ein, die Befruchtung. Nach der Verschmelzung der Erbanlagen beginnen sich die Zellen zu teilen. Gleichzeitig wandert das Ei weiter Richtung Gebärmutter. Dort angekommen, findet das Ei ein geeignetes Plätzchen, um sich niederzulassen. An dieser Stelle entsteht nun der Mutterkuchen, die Plazenta. Aus dem Zellhaufen entwickelt sich der Embryo. Umgeben ist er von schützendem Fruchtwasser. Die Verbindung zur Plazenta und damit dem Blut der Mutter erfolgt über die Nabelschnur. Am Ende des ersten Monats ist der Embryo ca. 10 mm groß. Die Entwicklung ist jetzt rasant. Die inneren Organe entwickeln sich, der Blutkreislauf setzt ein. Arme, Beine und Wirbelsäule werden gebildet. Am Ende des dritten Monats misst der Embryo schon ganze 5 cm. Die Geschlechtsorgane bilden sich aus und er beginnt mit ersten Bewegungen. Nebenbei bemerkt, die Mutter spürt diese erst ein paar Wochen später. In der Schwangerschaft ist der Bedarf an Vitaminspurenelementen und Mineralstoffen erhöht. Das liegt daran, dass der Körper diese Stoffe zum Teil selbst nicht bilden kann. Bei diesen Stoffen sind es insbesondere Jodid, Folsäure und auch die Omega-3-Fettsäuren, die eben zugeführt werden müssen. Das kann man durchaus über die Ernährung machen. Dann ist aber nicht unbedingt sichergestellt, dass alle Stoffe in ausreichender Weise vorliegen. Wir Frauenärzte empfehlen deswegen den Patienten, dass sie bereits bei Planung einer Schwangerschaft mit der Einnahme von Präparaten beginnen. Kombinationspräparate gibt es hierfür. Und diese auch bis zum Ende der Stillzeit einnehmen. Folsäure spielt eine wesentliche Rolle bei der Bildung der Genträger, der DNA, die in der Zelle als sogenannte Doppelhelix vorliegt. Die wichtigsten Elemente dieser Helix sind vier verschiedene Bausteine, die Basen. Sie sind für die Verschlüsselung der Erbinformation zuständig, der Ursprung des Lebens also. Damit der Körper die Basen herstellen kann, braucht er Folsäure. Ohne Folsäure ist also die Bildung der DNA und damit die Zellvermehrung gestört. Ein Mangel an Folsäure, Vitamin B6 und B12, kann zu Fehlentwicklungen führen. Hier sei insbesondere der offene Rücken anzuführen, die Spina bifida. Um das zu verhindern, ist es eben ganz wichtig, dass Frauen, die eine Schwangerschaft planen, bereits frühzeitig und vor der Schwangerschaft mit der Einnahme von Folsäure und Vitamin B6 und B12 beginnen. Gleiches gilt für das Jodid. Dieses führt eben dazu, dass die mütterliche Schilddrüse normal funktioniert und die Schilddrüsenhormone führen eben dazu, dass sich das kindliche Gehirn ausreichend entwickelt. Der dritte Punkt sind die Omega-3-Fettsäuren. Diese führen dazu, dass die Zellmembranen der Nervenzellen vernünftig ausgebildet werden, was dann zu einer besseren Entwicklung des Nervenleitsystems führt. Omega-3-Fettsäuren werden bei der Herstellung und Veredelung der Zellmembranen benötigt, insbesondere bei Nervenzellen im kindlichen Gehirn. Omega-3-Fettsäuren gehören zu den mehrfach ungesättigten langkettigen Fettsäuren. Diese sind wesentlicher Bestandteil der Zellmembran. Die Zellmembran hat nicht nur die Aufgabe, die Zelle von der nächsten Zelle und der Zwischenzellflüssigkeit abzutrennen, sondern genauso für den Stoffaustausch der Zellen zu sorgen. Über diesen Austausch funktioniert auch die Weiterleitung von elektrischen Signalen, der wesentlichen Funktion von Nervenzellen. So beeinflussen Omega-3-Fettsäuren auch die Ausbildung der Sehzellen und die Sehfähigkeit des Kindes. Katrin Witt hat ihren Speiseplan umgestellt. Eine gesunde Ernährung in der Schwangerschaft sollte alle wichtigen Vitalstoffe enthalten. Die notwendigen Vitamine sind vorrangig in Obst und Gemüse enthalten. Viel Jod und Omega-3-Fettsäuren finden sich in Seefisch und Meeresfrüchten, die mindestens zweimal pro Woche auf dem Speiseplan stehen müssen, um relevante Mengen aufzunehmen. Mineralstoffe, wie zum Beispiel Calcium, sind in Milchprodukten und Vollkornbrot enthalten. Da es nicht immer einfach ist, diese Anforderungen wirklich über den gesamten Zeitraum, vom Kinderwunsch über die Schwangerschaft bis zum Ende der Stillzeit zu erfüllen, bietet sich heute die Ergänzung durch entsprechend abgestimmte Vitalstoffprodukte an. Dies ist eine einfache und sehr verträgliche Form, um den notwendigen täglichen Bedarf für Mutter und Kind zu gewährleisten. Wichtig ist bei der Ernährung auch, dass man bei einigen Lebensmitteln vorsichtig ist, zum Beispiel bei Rohmilcherzeugnissen. Diese können schädliche Bakterien wie Listerien enthalten. Rohmilchprodukte müssen übrigens als solche ausgewiesen sein. Auch rohe Eier, rohen Fisch und rohes Fleisch sollte man meiden, da sie Quelle für eine Toxoplasmose- oder Salmonelleninfektion sein können. Aus demselben Grund sollte man Obst und Gemüse gründlich waschen, bevor man es verzehrt. Neben der ausgewogenen und gesunden Ernährung empfiehlt sich auch angemessene körperliche Bewegung. Das hilft dem Bewegungsapparat und dem Kreislauf. In der Schwangerschaft habe ich gemerkt, wie gut mir Sport tut, vor allen Dingen für die Psyche. Ich habe mit meinem Arzt gesprochen und der hat gesagt, ich soll eine geeignete Sportart wählen, wo es nicht zu unkontrollierten Stößen kommt, zum Beispiel Nordic Walking oder Schwimmen. In der zwölften Schwangerschaftswoche sind jetzt alle Organe angelegt. Das Gehirn beginnt die Bewegungen, die jetzt immer häufiger werden, zu koordinieren. Für die Mutter beginnt meist zwischen der 16. und 20. Woche die Zeit, wo sie ihren Nachwuchs bzw. dessen Boxschläge spürt. Meistens wird das als sehr beruhigend empfunden. Auch die Sinnesorgane werden beim Fetus jetzt ausgebildet. Er nimmt zum ersten Mal seine Umwelt wahr. Gegen unangenehmen Krach wehren sich die Kleinen jetzt häufig durch wildes Strampeln. Die Stimme der Mutter oder des Vaters sind dagegen sehr willkommen. Am Ende der ersten Schwangerschaftshälfte wiegt das Kind 200 Gramm und ist ca. 19 Zentimeter lang. Katrin Witt freut sich jetzt auf ihren Nachwuchs. Aber an manchen Tagen haben sich auch Sorgen eingestichen, ob das kleine Wesen auch gesund ist. Frau Witt hat ihre Ärztin hierzu befragt. Bei jedem Ultraschall wird untersucht, ob es beim Kind Auffälligkeiten gibt. In bestimmten Situationen empfehlen wir zusätzliche Untersuchungen, wie z.B. die Messung der Nackenverhalten-Transparenz ca. in der 13. vor 10. Schwangerschaftswoche. Diese Untersuchung ist risikolos und kann in Kombination mit bestimmten Hormonwerten aus dem Blut der Mutter rechtverlässliche Ergebnisse liefern zur Risikoabschätzung bestimmter Erbkrankheiten. Sollten sich hier Auffälligkeiten ergeben, können weitere Untersuchungen, wie z.B. die Fruchtwasserpunktion, angeschlossen werden. Die zweite gesetzlich vorgeschriebene Ultraschalluntersuchung findet um die 20. Schwangerschaftswoche statt. Sie wird häufig auch Feindiagnostik genannt, weil man dabei sehr genau jedes einzelne Organ, wie hier das Herz, hinsichtlich seiner korrekten Anlage und Entwicklung beurteilt. Meist zur großen Freude der Mutter kann man jetzt auch schon den Gesichtsausdruck des Kindes sehen. Auch das Geschlecht lässt sich häufig erkennen. Man muss es sich allerdings nicht sagen lassen, wenn man die Spannung bis zur Geburt halten möchte. In der zweiten Schwangerschaftshälfte passiert im Bauch der Mutter zwar sehr viel, man sieht aber nicht mehr so viele Veränderungen. Im Wesentlichen wird das Kind jetzt immer größer und die Sinne bilden sich weiter aus. Im sechsten Monat entwickelt sich ein Schlaf-Wach-Rhythmus, sodass es sein kann, dass das Kind schläft, wenn die Mutter es gerade nicht spürt. Auch die sogenannte Käseschmiere, eine Schutz- und Gleitschicht für die Geburt, bildet sich auf der Kindshaut. Im siebten Monat macht das Kind vielleicht zum ersten Mal durch einen Schluck auf auf sich aufmerksam. Es kann jetzt auch schon die Augen öffnen und hell-dunkel unterscheiden. Im neunten Monat gehen die meisten Kinder schon in die beste Geburtsposition, mit dem Kopf nach unten. Der letzte Monat ist für das Kind durch zunehmenden Platzmangel geprägt. Das Fruchtwasser wird weniger. Ab dem achten Monat kann der Herzschlag des Kindes mit Hilfe des sogenannten Kardiotokogramms, kurz CTG, gemessen werden. Das Gerät zeichnet auch Anspannungen der Gebärmutter, also Wehen, auf. Die Herzfrequenz des Kindes wechselt ständig. Das ist ganz normal. Für den Arzt ist entscheidend, in welchem Maße diese Änderungen stattfinden. Diese Untersuchung wird bei der Geburt dann besonders wichtig. Das CTG hilft zu beurteilen, ob alles in einem normalen Rahmen bleibt oder ob ein zusätzliches Eingreifen notwendig wird. In der zweiten Hälfte der Schwangerschaft ist es sinnvoll für die Mutter, sich Gedanken zu machen über eine Hebamme und darüber, wo und wie sie ihr Kind zur Welt bringen möchte. Eine Hebamme kann gerade bei den letztgenannten Fragen gute Ratschläge und Tipps liefern und viele Frauen schätzen es, wenn sie ihre Hebamme frühzeitig kennenlernen und ein Vertrauensverhältnis aufbauen können. Auch der Geburtsvorbereitungskurs ist für Katrin Witt eine große Unterstützung. Hier wird Praktisches meist unter Anleitung einer Hebamme geübt, zum Beispiel das Atmen unter der Geburt. Aber es werden auch viele andere Fragen beantwortet. Der Geburtsvorbereitungskurs hilft mir sehr. Ich habe ja schon auch ein bisschen Angst vor der Geburt, aber die Hebamme beruhigt einen sehr durch ihre Informationen und Tipps. Ich weiß jetzt, dass es für jede Situation bei der Geburt eben auch mögliche Gegenmaßnahmen gibt. Ja, und das Gute ist, man lernt andere Schwangere kennen, mit denen man auch später nochmal in Kontakt bleiben kann. Die Geburt ist sicherlich der Höhepunkt und gleichzeitig der Abschluss der Schwangerschaft. Anatomisch stellt sie eine Herausforderung für das Kind dar. Es muss sich durch den engen Geburtskanal zwingen. Aber keine Angst, die Natur hat sich hier für ein paar Tricks ausgedacht. Die größten Durchmesser des Kindes, Kopf und Schultern, drehen sich dabei immer genau so, dass genügend Platz da ist. In den letzten vier Wochen vor der Geburt tritt das Kind, unterstützt durch unregelmäßig auftretende Senkwehen, in das Becken. Das Kind liegt normalerweise mit dem Kopf voran. Die Geburt beginnt dann mit den Eröffnungswehen, die anfangs alle zehn Minuten auftreten. Der Muttermund öffnet sich jetzt und das Kind tritt langsam tiefer. In der Austreibungsphase kommen die Wehen alle zwei bis drei Minuten. Der Muttermund ist nun vollständig geöffnet und der Kopf des Kindes verlässt langsam die Gebärmutter. Dabei findet auch der erste Kontakt des kindlichen Organismus mit fremden Keimen, nämlich in der Scheide der Mutter, statt. Dies ist eine erste Anregung des kindlichen Immunsystems. Bei den jetzt folgenden Presswehen soll die Schwangere aktiv mitpressen. Jetzt treten auch Schultern und Rumpf in den Geburtskanal ein. Das Kind wird geboren und der Mutter in die Arme gelegt. Die Nabelschnur wird abgetrennt, häufig eine Aufgabe für den Vater. Nach bis zu 30 Minuten wird dann die Nachgeburt, die abgelöste Plazenta, geboren. Sie ist hier kleiner dargestellt, als sie in der Realität ist. Für die Mutter ist die Schwangerschaft jetzt beendet und wenn möglich hat sie sich nun eine Pause verdient. Die Geburt ist für jede Frau ein großes Abenteuer, aber Gott sei Dank ist sie nicht allein dabei, sondern wird durch eine Hebamme die ganze Geburt über unterstützt und begleitet. Für die Mutter ist der Moment, wo sie ihr Kind in den Arm oder auf den Bauch gelegt bekommt, ein unglaublich schöner und weltbewegender Moment. Alle Schmerzen und Anstrengungen der vergangenen Stunden sind vergessen. Aber auch für den Arzt ist das immer wieder ein sehr ergreifendes Erlebnis. Gleichzeitig hat sich jetzt die Aufgabe des Frauenarztes fast erfüllt. Das Kind wird jetzt von den Kinderärzten oder von der Hebamme weiter versorgt. In einigen Fällen ist die Durchführung eines Kaiserschnittes notwendig oder unter Umständen auch gewünscht. Bei diesem Eingriff wird die Gebärmutter eröffnet und das Kind dann dadurch entbunden. Wenn eine Patientin nun einen Kaiserschnitt auf Wunsch durchführen lassen möchte, muss man sie darüber aufklären, dass doch immer noch ein gewisses Restrisiko vorhanden ist, auch wenn es gering ist, und sie zudem eben auch das Geburtserlebnis nicht haben kann. Darüber hinaus scheint eben der Kontakt mit der Scheidenflora bei einer vaginalen Geburt das Immunsystem des Kindes zu stärken. Auch dieses wäre im Falle eines Kaiserschnittes eben nicht möglich. Das Stillen ist eine Aufgabe, vor der viele junge Mütter Angst haben. Diese Hürde lässt sich allerdings auch nehmen und ein bisschen Gelassenheit hilft auch hier. Ich empfehle als Hebamme auf jeden Fall das Stillen, denn Muttermilch ist die von der Natur vorgesehene Säuglingsernährung. Sie ist optimal in der Zusammensetzung und damit schützt sie vor schweren Infektionen und Allergien und trägt auch noch zur guten Mutter-Kind-Beziehung bei. Für Katrin Witt ist auch bald der Tag der Geburt gekommen. Alle zwei Wochen finden jetzt Vorsorgeuntersuchungen statt. Bisher ist alles gut verlaufen und Katrin Witt ist zuversichtlich. Also mir hat die gute Betreuung meiner Hebamme und meiner Ärztin geholfen. Mir wurden die Fragen alle gut beantwortet. Anfangs war ich ja doch sehr verunsichert. Und auch mein Partner, meine Freundinnen haben mir sehr geholfen. Ja, jetzt bin ich nur noch gespannt, wie die Geburt verläuft. Ja, aber das werde ich schon schaffen. Ja, aber das werde ich schon machen. 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 Vielen Dank.